In fernem Land, und nahbar euren Schritten, liegt eine Burg, die Monsalvat genannt. Ein lichter Tempel steht dort inmitten, so kostbar als auf Erden nichts bekannt. Drin ein Gefäß von wundertätigen Segen wird dort als höchstes Heiligtum bewacht. Es ward das Sein der Menschenreinste Pflegen gerade von einer engen Schar gebracht. Alljährlich naht vom Himmel eine Taube, um neu zu stärken seine Wunderkraft. Es heißt der grell und seelisch reinster Glande, erteilt durch ihn sich seine Ritterschaft. Wie nun dem Graal zu dienen ist erkoren, den lüstet er mit überirdischer Macht. An dem ist jedes böse Trug verloren, wenn ihr er sieht, weicht ihm des Todes Nacht. Selbst wer von ihm in fernem Land entsendet, zum Streiter für der Zugendrechten Land, die wird nicht seine eigene Kraft entfändet, bleibt als sein Ritter dort ihr unerkannt. So ihrer Art doch ist es gralles Segen, enthüllt muss er des Laienauge fliehen. Des Ritters drum soll zweifeln er nicht hegen, erkennt ihr ihn. Dann muss er von euch ziehen. Nun hört, wie ich vermutlich erfragen ohne und gehefertig zu euch daher gesandt. Mein Vater Parzifal trägt seine Krone, sein Ritter ich bin Lohengrin genannt. Ich bin Lohengrin genannt. Der ist ein Schmerz. Ich bin Lohengrin genannt. Ein Schmerz.